Musik 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 Was war denn das eben? Warte mal, ich muss kurz was schauen Das alles auch funktioniert, okay Äh, warte mal, hab ich mein... Ah, okay, gut, ich hab mein Kit, was ich... Will Hast du noch Rüstung für mich? Hast du noch Rüstung? Könnte ich echt gebrauchen Hä, warum steht denn hier im Bett draußen? Das hätt ich ja noch nie gesehen Ich bin gleich nicht bestätigt Leute Gucken, wo die schwächsten sind Gucken, wo die schwächsten sind Du bist ja eigentlich gut equipt, also... Naja Wieso ist das denn nicht, aber... Genau Sollt abwenden müssen aber los... Sollt aber auch... Sollt aber auch fließen Ah, du hast sogar, glaube ich, die richtige Base genommen Weil die andere Base ist voll, die ja, also... Mach mal ein bisschen schneller Jetzt gehen wir jetzt schon mal im Volk da nicht mit Oh, ne, die sind da drüben Das hab ich jetzt auch nicht gewusst Ich wollte gerade sagen Boah, da war, da war da wie lecker Typ Mein lieber Scholli Mal wegmachen Ist mir zu unsicher Hab du gerade Naja Hier, kommt von der anderen Seite an Die anderen Von welcher Seite? Ja, von unserer Base aus Vom Leute Da kommt doch ja keine Sau Kommt da Doch Ne Doch, doch, doch Ne, ne Habt da gerade Leute Habt die hier gerade drüber bauen gesehen Nein, kommt da ja keiner hin Sind auf ihrer Base Ja, ich meine aber Die haben schon drüber gebaut zu uns Ah ja, ok Jetzt haben wir drüber gebaut, ja Full Tier Ach du Scheiße Ja, ja Ey, dann baut man lieber hinter mir zu Am besten Findet da Kampf hier oben statt, oder? Voll verkacken werden wir, Alter Ey, dann werden wir auch verkacken, das werden wir nicht schaffen Ich hab ja nischt hier Das ist ja das Problem Einzige, was ich noch hätte Du hast, bist aber nicht schlecht Ja, Wasser hätte ich noch Aber mir auch nicht Ach guck mal, wir wollen sogar von der anderen Seite Ach du Scheiße Ich denk mal wieder, ich ahne Schlimmes Wollen wir lieber ins Haus reingehen? Von der anderen Seite? Ah, ne Nee Nee, da werden wir nicht hier Nee, die ist hier Nee, die ist hier Nee, die ist hier Weil letztens hatten wir ja so auch überlebt, deswegen Was denk? Ach, hier haben die Spinnen wir mich mit dir noch Ich hätte mir eine angemachen müssen Tja Was machen die denn da oben? Warum die lose Kinder? Ach, du Scheiße, die haben die Kiste hier ja Nein, was die da machen. Die Lava hier weg, die ist mir ein bisschen... Nee, ich hab die weggemacht, die nervt immer. Ich dachte, jetzt wird hier CT und auch... Was hat das denn eben? Ja, mal voll der... Die Litsch. Irgendwie ist das grad langweilig, weil hier passiert ja nichts. Die kommen jetzt drüber, die kommen jetzt. Ich fress auch mal meinen Gold-Apfel. Na, meiner ist eh weg. Meine Absorbion ist auch... Wie heißt das Ding? Absorption? Die kommen jetzt, die kommen jetzt. Die ist ja auch weg. Die machen einen Rückschuss. Warte, warte, warte. Nee, nee, da spring ich nicht runter. Dann bin ich gleich weg. Der frisst, der seufzt immer. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Ja, oder hat sich eingebaut. Leben nur noch ein paar Spieler. Da drüben sind noch welche. Hä, ich hab vier Kills? Wo bist du? Da oben. Dann muss ich mich weg annehmen. Okay. Ist das schon ein Weg, oder? Nee, soll ich bauen? Geh mal neben, wie der Typ dahin kommt. Alter, wie schnell baut der? Das hättest du ihm sehen müssen. Da, hat er wohl geigelt. Klug, der hat Speedhack oder so. Ich bleib da lieber weg. Der kann nicht halt bauen, denk ich mal. Jetzt baut er nochmal. Also, einen Speedhack hat er, denk ich mal nicht. Ich geh da lieber weg, Alter. Ist mir grad ein bisschen zu heiß da in dieser Ecke. Was machst du denn? Das bringt's ja auch, so ein Drecksdach hier. Ja, du willst wahrscheinlich, ich denke mal, dass... Also, wenn er von oben kommt, will das hier ein Tier runterlassen. Ja, bringt dir das Dach runter. Ja, denk ich mal, hat er vor... Ja, weg, 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 runter ins Haus. Das ist mir zu dumm. Wir machen die Ante mit Lava. Wirklich? Scheiße, scheiße, scheiße. Hä, das... Viel Lava hat der, bitteschön. Ja, guck mal, aber die TTS machen ja nicht wirklich was. Brenne! Scheiße! Feuer! Lava! Hey, jetzt kommt ja noch mehr. Ich bin hier fangen, Jürgen. Achtung, Glück hab ich hier... Warte, nirg mal. Junge, was machst du denn da? Scheiße! Ich bin nicht tot, Jürgen. Ja, komm rein. Warte, warte, warte. Kein Herze. Bleib drin, ja. Fein. Der kommt. Lass uns auch bei uns drauf, Jürgen. Mir wird nichts. Nee. Ich bin ja nicht tot. Der macht bestimmt da TNT hin, scheiße. Scheiße. Die Möglichkeit noch unter uns zu bauen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Komm hier runter, hallo. Bist du doof? Was machst du denn da? Zer hoch. Ich will da gleich von oben springen und dann... Ja, ich renne ja dir hinterher. Ich renne ja drüber. Ich renne ja! Nee. Och, Mensch. Das hat eine Pussy. Boah Scheiße. Boah, hier war Wasser. Scheiße. Mensch, steht mir auf dem Sack. Geh hier rüber. Ja. Boah. Nee, nee, guck deine Stats mir bestimmt nicht an. Da ist bestimmt so Hacker, so eine Hacker-Taktik. Mann! Was ist denn da? Das ist eine richtige Pussy. Den kannst du dann wegwerfen. Traffic ohne nicht von hier. Oh, ich hab ihn getroffen, Ema. Oh. Er hat einen Flug mit Jan. Ja. Und... Rückstoß. Ja, bin tot. Scheiße, hier hat denn der das überlebt da. Der spaßt. Bitte. Das ist ein Hacker. Ich hab ihn gerade so noch... So. Weil es ist nur noch ein... Ein komplettes Team. Ja, nee. Da werden wir auch verkacken hier. In der Mitte. Das schaffe ich... Das werde ich nicht schaffen. Ähm. Ich weiß nicht mal, wo die sind in der Mitte direkt. Der eine hat nur... Kettenrüstung, Jan. Ich hab keinen Tracker. Jan, der eine hat nur Kettenrüstung. Die beide sind in der Mitte... Haben dich... Sind beide einen Huchschrauber oben drinnen. Ach, sind sie oben? Ja. Alter, was war denn das? Die haben auch weder... Rüstung. Da hast du viel, viel bessere. Na gut, ich versuch mein Bestes. Aber ich kann ihnen nicht raten, ob ich das schaffe. Ja. Die lecken wir auch hier. Ich hab noch hinter den Balkenwagen. Um auch eine Meile. Was ist hier? Wurde Zeit schon. Oh, bin ich doof. Wo sind die jetzt? Sind da oben. Okay, warte, weh. Helikopter. Warten ist nicht in der... Warten wird so kommen, damit sie nicht unterschlagen. Ich muss meinen Internet-Code trennen danach. Das merkt quasi gut. Ja. Ja. Ich hab noch eine Kiste auf der Übel Schneemel. Die haben alle hier Lootung. Ja. Echt? Ja, ja. Hä, ja. Hä, was bringt denn das da TNT um? Hä, das bringt's den auch. Hä, das bringt's auch. Hä, das bringt's auch. Hä, das bringt's auch. Hä, das bringt's auch. Da TNT zu machen. Genau, steckt euch selber an. Ihr Vollidioten. Ja, mach das schnell. Ich schaff das hier schon. Ja, mach das schnell. Hä, was macht denn die ja? Warum sind die nicht tot? Hä, was macht denn die ja? Ja, mach da. колeras curs roots. Hö, was macht denn die ja? Ä Synge pounds. Ich schaff das schon. Whit grabbed. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020